Drei, zwei, eins, Freunde! 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 So, ihr Freunde, ihr habt den Club Meisters. Willkommen zu einem neuen Video auf im Kanal. Heute spielen wir Heide Insticator. Und falls du mich auf diesem Foto findest, dann mach den Like-Button blau. Du weißt, dass es mittlerweile weiß ist? Heils Maul, der ist blau. Okay, tut mir leid. Heute mittlerweile habt ihr schon gehört, Abigail! Ich setze mich hier so lange in der Sonne an. Heils Maul, Digger. Jetzt bin ich Knochen. Mittlerweile, gestern war ich auch noch ein Eis essen und dann... Und dann? Und dann hab ich gestern und dann... Willst... Wer dabei, heute! Äh, Digger, äh... Ich hab ein Sticker! Fringe. Er wusste einfach nicht, was er sagen soll, Digger. Und Kid Mave! Der ist auf... Der ist nicht auf Ka! Pupupau! Ich bin vom Klo so schnell... Alter! Wild! Okay, ich geh in Hunter Rin, ihr geht in Heide Rin, und dann geht's rein in der Rin Rin. Warte, warte, warte! Time to hunt. Eliminate Pelleas. Hiding to gain points. Wir haben eine halbe Stunde Zeit, Digger. Ich geb euch zwei Minuten, um euch zu verstecken, wenn ihr es nicht tut... Gleich geht's weiter. Jetzt kommt die Werbung. Bevor ich es nicht vergessen, Freunde. Dieses Video wird gesponsert von Clasmo. Von meinem Partner. Und zwar, Freunde, haben wir richtig geile Neuigkeiten, denn wir haben endlich die Probierpakete im Shop, Freunde. Deswegen, ihr seht's im Hintergrund. Geht auf Clasmo.com und gönnt euch die Starterpakete. Pakets. Und falls du nicht weißt, was Clasmo ist, Freunde, Clasmo ist ein Energy Booster, der komplett vegan ist. 100% vegan. 100% kein Zucker. Made in Germany. Und wunderschön. Wie ich. Und mein Drucker. Haha, ja, Mann! Und, Freunde, falls ihr Clasmo nicht probiert habt, probiert's jetzt. Let's go mit dem Video. Das war die Werbung. Jetzt geht's weiter. Hey, Freunde, da würde ich mal sagen, ihr seid versteckt. Ich komme jetzt, und wer nicht gesucht ist, wird gefunden. Ja, hm? Das war ein Wortspiel aus meinem Wortspiel. Wo seid ihr? Jemand ist in der Box. Ich seh's jetzt schon, Digga. Wenn das jetzt der erste Schuss in der Box ist. Nein. Glück gehabt, Digga. Ich sag euch ehrlich. Schöner Versuch. Schöner Versuch. Okay, was ist das für eine komische Heide? Siegmepp, Junge! Nimm mal die Luftballons da hinter dir mit, Rotomann. Woher weißt du, dass ich Luftballons habe? Genau die. Nimm die mit. Pack die Waffe weg. Aua! Ich nehm die mit. Ich würde auch nicht mit Waffen in der Hand rumlaufen. Ja, ich auch nicht. Pack die Shotgun weg. Pöner mit Luftballon. Hm. Okay, die Jungs zu. Sie sehen mich. Ich sehe dich nicht, Digga. Macht ihr Busch-Camping-Taktik? André sieht mich nicht. Ein, drei im Busch. Ich schwöre, ich bin ein Hund, wenn ich im Busch bin. Du bist ein Hund. Wo seid ihr? Digga, wenn einer in der Box ist. Hä, warum seh ich dich nicht, Digga? Oder meiner Zimmer. Wie sieht's bei dir aus? Ich bin in einem Haus, wo lila Wände drin sind. Gern ich nicht. Hä? Hä, was ist das für eine Dings, Digga? Wild für Thumbnails. Gibt's neue Zubbers? Oh, hier ist ein Busch, okay. Das Ding ist, Freunde, die Map ist riesig. Das heißt, wir haben nicht so viel Platz, um zu finden. Ich meine, wir haben zu viel Platz, um zu finden. Kann ich reden, okay? Ich kann nicht richtig reden. Aber, guck mal, ich bin hier in der Nähe von Kid Maeve und Mirkan. Einer ist unterm Steg. Einer ist unterm Steg. Warum weißt du das? Weiß es halt, okay? Wer eklig versteckt ist, hat einen Hund und einen kleinen. Ich hab einen Hund. Und zwar auch einen kleinen. Und einen kleinen, Digga. Und einen kleinen, Digga. Und einen kleinen, Digga. Hey! Wo seid ihr, Mann? Ist jemand in der Box? Sag mal ehrlich. Seid mal ehrlich. Du bist in der Box, ja. Ach, Digga, André, du bist so ein Schmutzmangel, Digga. Digga, warum glaubst du mir nicht? Der ist da oben, der ist da oben. Ich seh dich, Odomann. Du siehst mich. Ja. Das heißt, wenn die Leute mich hier sehen, seh ich sie auch. Digga, jeder sieht dich da oben. Und du bist am höchsten Ort, weil man da wäre es. Das ist noch ein Küste. Küste, Küste, Küste. Machen wir heute Küstenheitensieg oder was? Oder was? Guck mal, das Ding ist. Ich flieg jetzt. Seh dich. Ihr seht mich alle, ne? Ihr seid in den inneren, mittleren. Ich bin im Haus. Du bist im Haus. Wie sieht es so ungefähr aus? Ich bin bei Klaus. Nein. Nicht mit dem. Hier läuft ne kleine Maus. Nein. Und dann ist das Haus ne Rose. Du hast einen kleinen in der Hose. Du hast einen kleinen in der Hose. Uuuuh. 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 Seht ihr mich immer noch? Ja. Seht ihr mich immer noch? Ja. Jetzt lügt nicht. Geh runter von diesem Steg. Aua. Geh doch nicht ins Wasser. War gar nicht in dem Steg. Du warst auf so einem Turm, auf so einem Mini. Schwimm doch, ne? Schwimm weg. Schwimm weg. Schwimmst du wieder zur selben Insel. Lame back. Da warst du schon. Da ist einer. Safe. Achmed ist da. Nein. Achmed, wo bist du? Ich bin in einem Ding, was auf einem Ding ist. Sei ehrlich mit dir selber. Sei einfach ehrlich mit dir ehrlich. Du müsstest nicht mehr Sport machen, Digga. Okay, was noch? Boah. Ja, sich gesünder ernähren. Was für Sport? Digga, ihr seht sich verfettet. Welcher Sport ist für dicke Menschen am besten? Kein Sport. Essen. Wo seid ihr jetzt mal ReTalk, Bro? Digga, ich bin mal zu blöd dafür, Digga. Digga. Ey, Jungs. ReTalk. Konzentrier dich auf die Kartons auf der Map, obwohl es hier tausend Verstecke gibt. Verstehst du, Digga? Habt ihr schon mal gemerkt, dass wir Münzen einsammeln müssen? Hä? Nein, wüsste nicht. Ich hab keinen Grab mehr mehr, Jungs. Was mach ich jetzt? Ich nehm Ballons. Seht ihr dich einmal im Kreis, Audemann? Warte. Hier ist einer im Schiff. Warum explodiert das? Boah, bewegt. Ich hab ne Smoke geworfen und Audemann hat nichts. Da ist einer. Hä? Ich hab nichts gesehen. Du hast ne Smoke geworfen? Oh mein Gott. Ganz hinten rechts. Audemann, wenn du aus dem Haus rausgehst. Hinten rechts auf der Insel. Hinten rechts, ich seh nichts. Audemann, bleib mal stehen. Genau, über dir ist Meckern. Da oben, Dach. Nein. Meckern, du haben ein bisschen zerledigt. Nein. Digga, Audemann, bedenk bitte nicht. Da kommen die Ballons, Digga. Ah! Wo willst du denn? Yo, what the fuck? Digga. Auf einmal ist mein Ballon reingegangen in meine... äh, meine... Gefährdefreundlichkeit. In mein... Gefährdefreundlichkeit. Hm, schönes Pony. Digga, wer ist da jetzt geflüchtet? Der Ballonkiller, Digga. Der Ballonkiller. Wo fliegst du hin? Bro, der ist da nicht mehr. Wo bist du hin? Da war nie einer. Ich muss raus. Wo bist du hin jetzt? Da war keiner, Digga. Was redest du? Indena. Ah, here we go. All the stories every time. I'm a man here. Mirkern, schau mir, Ups. Nein. Da ist keiner. Wo ist der hin? Bro, ich hab ihn verloren. Mirkern mit den Tipp. Ich bin von einer anderen Insel. Aber ich bin mit einer in der Insel. Guck mal, siehst du hier viele Granate? Ja. Wie bist du da hingekommen? Ja. Irgendwo hier ist Mirkern. Ja. Ihr sagt mir immer nur, welche Insel ihr seid und ich suche euch. Ja, okay. Aber du weißt, das ist unfair. Nein, warum? Hast du mich gesehen? Nein. Okay, komm hoch, komm hoch. Da ist noch ein Loch in der Wand. Ich helfe dir. Boah, Junge. Komm hoch, komm hoch. Komm, da ist ein Loch in der Wand, das überdeckt wird von Büschen. Da ist ein Loch in der Wand. Ja, in den Felsen. In den Felsen. In den Felsen. Kannst du rein, weil das ist der Komet, weißt? Nein. Ja, da drin bin ich nicht. Bro, hast du noch keinen gefunden? Hast du den Ernst? Ich hab noch keinen gefunden. Ich hab noch keinen gefunden. Er war eben gerade essen. Bro, du warst in der Nähe von mir. Junge. Du bist echt nicht in der Wand. Ich bin Tony Stark, Gebäude. Junge, willst du mich verarschen? Was? Läufst du? Bist du jetzt noch hier oder nicht? Nein, ich bin der Schlange nicht mehr. Sag Wallah. Er hat auf alles geschworen. Kleiner Finger, das ist das höchste Heiligste, was ich haben kann. Okay, wo seid ihr anderen Zinsen? Ich bin so schlecht in diesem Scheiß. Hast du Merkern gefunden? Nein. Das Ding ist, man sieht den auch nicht auf der Karte. Ich kann Kid Mavs sehen, aber ich... Äh, äh! Ey, Shadow Bomb, Bro. Ihr seid Shadow, ey. Das ist unfair, Digga. Lass mal ohne Weglaufen machen, Digga. Oh, Mati. Ich wollte nur ein bisschen Ärger. Du kleiner Bastard, Digga. Du wirst jetzt in dein Leben... Ey, chill, 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 chill. Du wirst in dein Leben reingebankt, Digga. Boah, Digga. Bro! Er hat alle Ability Stones des Lebens, Digga. Er denkt, er wird Thanos, Digga. Ich schwöre. Wo war Milkan? Hier, er war ein Hund, Digga. Er ist einer, meinst du? Er ist einer. Wer kam, bleib stehen jetzt. Aber worum wusstest du, André, dass ich... Ja, ich bin down, komm. Wo bist du? Ich such dir einer für dich. Ich helf dir. Nein, ich will dich umbringen. Nein. Gibt kein Genugtum für dich. Ich werde dich umbringen. Wo bist du? Okay, ich bin in Change-Team. Wo bist du? Ich muss... Ich bin dein Team. Ist das dein Ernst jetzt, Digga? Ja. Der kleine Hund. Wer läuft da? Morty? Morty? Warum läufst du? Ich bin versteckt. Ich komm jetzt. Und André wird in den Arsch geknallt. Wo bist du? Ich helf dir. Mikro einfach abgestürzt, Digga. Ich helf dir, ich helf dir. Hallo. Ich sehe André. Siehst du nicht? Ach. Komm her, Digga. Du kriegst die Schotze des Lebens. Du kriegst die Schotze des Lebens. Oha. Chill mal. Du kriegst die Schotze des Lebens. Hör auf. Das ist verlaubt. Verlaubt? Unerlaubt. Unerlaubt. Unerhört. Erhört. Ey, hier schwimmt einer unter dem Wasser. Nein. Wien genommen. Hallo, ey. Ich hab einen. Wow. Hä? Ich erkehle. André. Boom. In die Fresse, Digga. So mach ich das mit meinen Leuten. Also. Schießt euch einfach in die Fresse. Bin jetzt auch Hunter. Ja, let's go. Wo ist Kid Mav, Digga? Dieser Hotswahl. Ich hab... Du hast gesagt... Ich hab gesagt... Ich soll töten. Ich hab getötet. Ich hab ihn gesehen. Ja, ich bin respawned einfach. Was ist das, Digga? Digga, ich hab Kid Mav gerade von tausend Kilometern gekocht. Aber mit Ernst. Wenn du eine halbe Stunde da versteckt, der mit Odober mich nicht sieht? Ja. Okay. Können wir einfach Szene nachspielen? Ja, okay. Können wir das so wie im Fernsehen machen? Und weißt du, diese Szene wurde nachgestellt mit anderen Darstellern. Können wir das machen? So, Milkan sucht und Andri versteckt sich. Und dann tun wir so, als ob wir darüber reden, Digga. Lass uns mal machen. Wo warst du versteckt? Da, wo ihr Boogie Bombs geworfen habt. Oh! Oh, ich bin in deine Mien gelaufen. Achso, cool. Oh, ich hab gedacht, ich hab jemanden gefällt. Und 3, 2, 1, Action! Du wirst mich nie finden! Doch, ich werde dich finden! Hä, wo bist du denn, Mann? Ich finde dich nicht, Mann! Hä? Habe ich jetzt, habe ich jetzt 2 Stimmen? Achso. Andri, du sollst reden. Hey, du hast doch gesagt, ich bin Audubon. Hallo, wir machen Szene nachgest... Hä, doch, eigentlich müssen die reden für uns, Achmed. Warte, noch mal einen neuen. Du willst mich niemals finden! Mann, ich hab Shadow Bombs, du findest dich! Oh nein, da bist du ja! Ich heule gleich, ich finde noch mal Shadow Bombs not. Bitte knall mich nicht auf! Mann, ich hab dich gefunden, weil du bist lila. Wie könntest du dich gehen, wenn wir in ein Team sind? Freunde, falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Ich hab keinen Bock, nochmal zu verstecken. Vögel! Ich hab ein paar Sch COB, das zu entdecken. Herrick of Motty. Mann, die sind nicht bei mir. Mann, die sind alle, sie die sind zu entdecken. Mann, die sind alle, die sind alle, die sind alle! Mann, die sind alle. Mann, die sind alle.